Bei meiner Senseo würde auch alles sauber bleiben, weil ich die nie benutzen würde. Weil, ich hab auch die... Ich hab so lange hab ich die Kaffeemaschine schon. Und es gab nie Probleme, weil die immer im Karton auf dem Schrank stand. Ja, jahrelang war alles sauber. Und dann kommt einer mit dem Kaffee... Der wird doch nur eingestaubt. Ja, das ist ein Kollateralschaden, das muss man mit beachten, aber trotzdem. Und dann sowas, da kommt einer, nutzt das und dann sieht es aus wie... Ich wähl das eigentlich auf, dass hinter mir hier lauter kleine Puppen hängen. Da hängt eine. Ja. Da hängt eine. Da. Und da drüber. Und eigentlich gibt es sogar noch eine. Ja. Wir haben nämlich jetzt exklusive Thomas Rode Fanpuppen gebastelt, die ihr erwerben könnt. Die sehen dann ungefähr so aus. Ja, genau. Der Thomas, guck mich an. Steht zwar er drauf, warum auch immer. Ach, für Rote. Ah, guck. Thomas Rote. Dafür extra, da ist er. Tja, haben wir einfach auf den Markt gebracht. 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 Tja, haben wir einfach auf den Markt gebracht.